Ich heiße Heidung und bin seit 2015 als Volontär für die Nevin Soberti Stiftung tätig. Zu meinen Aufgaben gehören die Betreuung von Infoständen, meine Veranstaltung und meine Einsätze als Wasserrallye Guide im Westfalenpark. Es macht großen Spaß, den Kindern spielerisch an den Stationen Wissen über die Ressource Wasser zu vermitteln. Gandhi sagte mal, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Mit meiner Arbeit bei der Stiftung kann ich diesen Gedanken ein Stück weit umsetzen. Als Mutter von zwei Kindern finde ich es besonders schön zu sehen, wie die Arbeit der Stiftung dazu beiträgt, dass gerade die äthiopischen Kinder gesünder aufwachsen und ihr Leben über die Schulbildung selbstbestimmter führen können. Etwas, was für meine Kinder selbstverständlich ist. Aus einem Ehrenamt ist ganz schnell für mich eine Herzensangelegenheit geworden.